Herzlich Willkommen bei NORMFEST. PEARL, die Langzeitoberflächenschutzversiegelung. Diese extrem schnelle und einfach zu verarbeitende Polymerversiegelung ist für nahezu alle Oberflächen im Außenbereich geeignet. PEARL sparsam auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch gleichmäßig verteilen. Im Anschluss daran wird PEARL direkt wieder auspoliert. Nach einer Aushärtphase von ca. 10 Minuten ist die Oberfläche fertig versiegelt. Die versiegelte Fläche besticht durch einen exzellenten Tiefenglanz und eine extrem glatte Oberfläche. Dadurch liefert sie einen zuverlässigen Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen und lässt Regenwasser perfekt abperlen. Dies zeigt sich eindeutig im Vergleich zwischen den mit PEARL versiegelten Flächen und dem nicht versiegelten Bereich. Selbst nach extremen Regengüssen trocknet die versiegelte Fläche deutlich schneller ab. Eine erneute Schmutzeinhaftung wird stark reduziert. PEARL kann auf nahezu allen Oberflächen im Außenbereich wie z.B. Glas, Lack, Chrom, Gummi und unlackierten Kunststoffen angewendet werden. Weitere Informationen zu PEARL finden Sie in unserem Online-Shop unter www.normfest-shop.com . . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020